Was geht ab, was geht down? Mittwoch, der 10.02.20 Uhr, 21.55 Uhr. Wir sind im Videodrehwahn. Wir werden morgen fitten und am Freitag drehen. Katja und ich schicken uns die letzten Details zu. Das heißt eigentlich schickt die Katja mir die Details und ich ruf sie dann an und Moser dran rum. So sieht es mal aus. Es ist in Farbe halt doch immer alles schöner. So sieht so eine Handlungszuordnung aus. Und ich muss jetzt aufhören mit euch zu sprechen, damit ich anfangen kann mit der Katja zu telefonieren. Was ist hier los? Ich arbeite auch damit du weg kommst. Wo geh ich denn hin? Filmaufnahme. Nach Hollywood gehst du heute. 20.03 Uhr, wie ihr seht. Wann ich mal gucken, was hier der Plan sagt, wann ich wohin muss. Hier, Donnerstag. 10 Uhr, nee, falsch, falsch, falsch. 13 Uhr, 14 Uhr. 15 Uhr. MosesiałemFazer location. Ah super. Da haben wir doch noch 23 Minuten Zeit. Oder. Kann man noch eins trinken? Hallo-hallo-hallo. So, wir sind hier beim Fitting zum Lichtvideo und wir sehen gerade die Pepper mit allen möglichen Kammern, haben wir auch fotografiert, um uns das mal auf die Augen führen zu können. Wir suchen gerade das erste Outfit, das wäre ein, das läuft unter dem Überbegriff Paillettenkleid, also soll halt irgendwas sein, was im Licht reflektiert, da sind wir jetzt auch ziemlich durch. Ich finde, dass sie ziemlich großartig in fast all diesen Sachen ausgesehen hat. Also überhaupt finde ich, sie hat so eine neue Haltung, eigentlich wie neu auch so eine neue Haltung hat. Neue Friese, die Klamotten sind super, sieht schon toll aus. Also das hat jetzt erstmal mit dem Video gar nicht so viel zu tun, aber ich finde, dass das für sich genommen einfach schon großartig aussieht. Mit dem hier hatten wir schon ein Fotoshooting, gell? Kann gerade nicht. Sekunde. Ich wollte mich stellen, Entschuldigung. Okay Martin, ne, ich glaube, das fotografiere ich gar nicht erst. Also sowas ist jetzt nicht gemeint, aber... Milchfleck. Oh ja. Wie konnte es passieren, Markus? Warum ist das Zeug nicht sauber? Mannjuru, du Schwein. Oh Gott. Oh, sie hat. So, komm. Hallo. 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 Ich bin Anne. Anne. Können wir nachher nochmal sehen, was nochmal... Hier ist ein Licht. Das ist sehr toll. War super. Hier ist ein Licht. Ich hab ja überhaupt keine Ahnung, was du hast, aber das sieht so hart aus. Ganz krass. Wir sind fertig mit dem Pitting. Machen Schluss für heute. Und fangen dann morgen an zu drehen. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht. Nach Hause, nach Hause, nach Hause gehen wir nicht.